So, alle bereit? Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz des DKB-Handball-Bundesligaspiels des VW Gummersbach gegen den HSV Handball. Das Spiel haben heute gesehen 3.168 Zuschauer. Der Halbzeitstand war 12 zu 15 zugunsten des HSV Handball und der Endstand des Spiels ist 27 zu 27. 20. Soweit Zahlen, Daten, Fakten. Nun begrüße ich sehr herzlich zu meiner Rechten Christian Godin, der Trainer des HSV Handball. Herzlich willkommen, Herr Godin. Christian Fitzek, bekanntes Gesicht auch hier in Gummersbach. Herzlich willkommen, Herr Fitzek. Zu meiner Linken Emil Kurtagitsch, der Trainer der ersten Mannschaft des VW Gummersbach. Lieber Emil, herzlich willkommen. Und neben Emil Kurtagitsch sehen Sie Frank Flatten, den Geschäftsführer des VW Gummersbach. Beginnen wir.